Ihr wollt wieder mal vor der Grundschule den Hermann machen, dafür haben wir das richtige Fahrzeug da für euch. Wie ihr sehen könnt, wir reden von einem Golf 7 GTI aus dem Jahre 2017, ca. 45.500 km stehen hier auf der Uhr und das Fahrzeug kommt in der Farbe Dark Iron Metallic. Vordergründig geht es natürlich wie immer um den Zustand des Fahrzeuges, weniger um die Ausstattung. Wir gehen eine Runde drum herum, schauen uns alles gemeinsam an und fangen vorne an beim LED Scheinwerfer mit Tagfahrlicht. Wir haben eine Scheinwerferreinigungsanlage, PTCs, Underfront sowie einen Front Assist und einen Abstandswarner. Wir haben rote GTI Bremssättel und diese 19 Zoll Felge. Finde ich sieht Hammer aus auf dem Auto. Wir gehen mal ein bisschen genauer drauf ein hier. ZP Performance. Drei Türe beim Fahrzeug. Da macht ordentlich was her, vor allem noch mit den dicken Rädern hinten auf der Hinterachse. Sieht schon geil aus, muss man ehrlich mal sagen. Dann haben wir hier natürlich belederte Türelemente. Rote Ziernähte dabei im Fahrzeug. Und jetzt kommen die Sitze. Also die sind einfach wirklich der absolute Hammer. Mit den Wabenmustern und rote Ziernähte. Also die Sitze finde ich wirklich absoluter Hammer von dem Fahrzeug. Wir haben ein Infotainment System mit Musik, Streaming, Bluetooth, Audio, Automatik. Dieses schöne Multifunktions Sportlenkrad mit einem virtuellen Cockpit. Eine Lichtautomatik am Fahrzeug. Also wirklich einwandfrei. Fahrzeug riecht auch nicht nach Hundrauch oder Katze. Hinten haben wir eine Duplex Sportabgasanlage natürlich hinten dran. Damit es richtig ballert. Vor der Grundschule. Natürlich haben wir hier auch wieder noch dazu GTI Fußmatten. Und hier unten drin haben wir noch einen kleinen Stauraum. Ja, also alles dabei was man so dabei haben braucht muss und sollte wie ein Verbandskasten und ein Warndreieck. Vielleicht noch ein Milchpäckchen. Aber ansonsten, wenn euch der Kollege interessiert dann klickt jetzt einfach auf den Link unterhalb von dem Video. Da könnt ihr euch alles nochmal ganz genau anschauen was der Kollege hier so drauf hat. oder ihr kommt einfach vorbei von Montag bis Freitag zwischen 9 und 18 Uhr oder samstags von 10 bis 18 Uhr. Am besten ist wirklich ihr macht euch dafür einen Termin. Dann steht auch ein Verkäufer an eurer Seite der euch alles zum Fahrzeug erklärt. Wie ihr seht ihr könnt bei uns finanzieren mit 0% Anzahlung. Natürlich kaufen wir auch deinen Gebrauchten gerne ein. Am besten gleich noch als in Zahlungnahme für die Finanzierung. Und ansonsten gibt es nur zu sagen auch für den Kollegen gibt es unsere Gebrauchtwagen Garantie dazu. Und damit bedanke ich mich fürs Zuhören wünsche euch noch einen schönen Tag und bis bald hier im Autoladen. Ciao.